und somit herzlich willkommen meine leute danke fürs einschalten dank fürs dabei sein ich muss mich mittlerweile daran gewöhnen nicht mal so laut zu reden ich bin so ein bisschen außer atem ich habe so gerade ein paar proben gemacht einstellungsmäßig wieder ein bisschen dazugelernt ausgeglichen motiviert und frisch reserviert mit der sm zu unserem glaube ich vorletzten letzten 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 punkt die rückkehr hat es recht alles voll aber niemand schießt jetzt verbannen sie die polizei von seattle aus dem gebiet im hafenviertel was soll wohl geheim bleiben na das sehe ich mir mal an klingt als hätten sie die gruppe mit apc eingedenkt bleib auf den dächern du sagst dich zu viel wo leute was geht denn da ab das ist natürlich mies fliegen darum weiß nicht sollen wir jetzt daran gehen oder sollen wir hier bleiben weiß es nicht aber wir müssen ja sowieso da drüben hin daher interessieren die uns ja nicht da ist ihnen noch ein schwung und nach oben heute mir fällt gerade so ein bisschen was ein das wäre so mein ding kommt so eine kleine zeit von meiner kindheit früher hoch nicht so solche dächer sehe spider-man mäßig das wäre geil das wäre richtig geil aber leider kommt da nie wieder so ein spider-man raus schade drum naja vielleicht eines tages wenn ich älter bin wenn wir uns schon ein bisschen besser kennen wenn wir größer geworden sind in der community dann könnte es vielleicht sein bis damit schon an die 30 aber naja das könnte ja nicht nur unser freund sein wie heißt er noch mal der glatzkopf hängt hängt war das ja und bitte lächeln also so sieht es aus wenn wir haben ob es mir nie so genau ansehen wollen hey die würden mir dasselbe antun tja bleib mal ruhig aus Warte, ich höre noch einen. Einsatzteam, bitte melden. Ein D.U.P. Helm. Funktioniert der noch? Einsatzteam, bitte melden. Einsatzteam, melden. Haben Daugree zurück. Östlich eurer 40. Einsatzteam, melden. Reg, dieser Conduit? Die sagen, es ist dieser Hank. Was? Sagtest du nicht, sie hätte ihn in Summon Bay erledigt? Hat sie auch. Dachte ich zumindest. Ich meine, ich hab's selbst gesehen. Er ist tot. Ganz sicher. Such weiter. Okay, Leute. Los geht's. D.U.P. Angriff. Machen wir mal eben ganz easy. Schnell. Ah. Das war's. D.U.P. Angriff. Pädlingelt. 1.3, alles sauber. Okay, Reggie, ich geb's zu. Ich lag falsch. Behalte es, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Hey, Delfin, du sollst mich doch anrufen, wenn du in Downtown für Chaos sorgst. Äh, das bin ich nicht. Ich sehe hier jemanden, der jede Menge DUP-Helikopter ausräuchert. Du kannst das sehen? Wo steckst du? Auf einem Gebäudesach, Ecke 12 und Union. Treffen sie Fetch auf dem nahegelegenen Dach. Okay, da gehen wir jetzt hin. Das müsste unser Hengst sein. Unser Mann, den wir suchen. Unser Mann, dem wir begegnen werden. Unser Mann. Der uns das gegeben hat, was wir eigentlich sonst nie bekommen hätten. Oh, weia. Ich ahne nichts Gutes. Die schießen schon auf uns, Leute. Das wird nicht gut ausgehen. Es sei denn, wir haben's drauf. Geht's noch? Alter! Hier, fress mal das. Ich bin ein Kondoid, mein Freund. Das hast du davon. Der hat keine Chance gegen uns. Wahnsinn. Und Kaboom. In unsere Ruhe. Geht nicht kaputt. Wir brauchen neue Kräfte. Auf das Dach müssen wir. Diese Neonkraft. Die hat schon was. Da wären wir. Du hast auch die Rauchkraft. Weil ich glaube, das ist der Typ, der mit dir in dem Transporter war. Der, von dem ich meine Kräfte habe. Meinst du diesen verschwitzten Kerl, Hank? Ja. Und wenn er aus Augustines Turm ausgebrochen ist, kann er mir vielleicht helfen, da reinzukommen. Komm doch mit und hilf mir. Nein, nein. Der Typ bringt nur Ärger. Ich bleibe einfach hier und genieße das Feuerwerk. Justin, bitte pass auf dich auf. Ich traue diesem Karl-Kopf nicht. Mach ich. Aber ich bin ja nicht gerade hilflos. Oh Baby. Ich passe schon auf mich auf. Wir beide hassen Augustine. Ja. Viel Glück. Ich kann auf der Spitze tanzen wie auf dir. Und mach's gut, meine Liebe. Wir lassen es rocken. Mit Videokraft. Liebe diese Conwind-Sache. Reg, ich sehe ihn. Er ist auf einem Dach in der Innenstadt. Kämpft gegen Hubschrauber. Okay, hör mir zu. Und die EOPs dürfen ihn nicht kriegen. Schon gut, kapiert. Und sie dürfen ihn auch nicht töten. Und töte du ihn auch nicht. Aber lass ihn auch nicht entkommen. Ich mir das mal alles merken kann. Ja, das müssen wir uns merken, ne? Ist doch normal. Und hier entlang. Und dann geht's weiter. Hank, warte auf uns. Wir sind gleich bei dir. Reg, ich bin auf dem Dach. Hank? Äh, nicht hier. Hast du ihn verloren? Nein, ich hab ihn nicht. Ich halte bloß Abstand. Absichtlich? Er kann quasi fliegen, Mann. Ja, aber du doch auch. In drei Sprachen. Wow. Ja, eigentlich schon. Aber der Hank, der... Der kann ziemlich schnell mit der Hochkraft... ...vorankommen. Das ist crazy. Wow, krass. Hank, willst du dich umbringen? Junge! Der Kopf hier ist, bin ich weg. Jetzt gehören die Nutzung bei dir. Unwrapst, du hast dich verscheuert. Wir haben nicht versackte Zielperson. Oh, Mist. Oh, Mist. Ja, aber ich nicht. Lantern ist rincht. Hey, Mark. Denn... Was ist sein Problem, Mann? Hey, Freunde. Eure Beute verduftet. Ja, aber ich nicht. Lantern ist rincht. Hey, Mark. Der Rückrufzentrale herrscht Chaos. Anrufe gegen eine Spion-Terrorist. Ich bin ein Zweck, der... Hey, Mark. Hey, Mark. Hey, Mark. Let's go. Hey, Mark. Hey, Mark. Hey, Mark. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Abgeschlossen die Rückkehr? Hatten wir das? Was ist 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 das? Bis zum nächsten Mal? Haut rein? Und... Ciao, ciao, ciao!